Zum 50-jährigen Jubiläum am 22. März 2023 veröffentlicht Nameless Media im exklusiven Vertrieb von Ike Media den letzten Film von Bruce Lee, Enter the Dragon oder Der Mann mit der Todeskralle in drei verschiedenen Mediabook-Editionen. Jede Cover-Variante ist dabei limitiert auf 500 Exemplare. Vorbestellen kann man sich die Mediabooks ab dem 17. März 2023, 18 Uhr in allen bekannten Online-Shops. Bereits 2013 zum 40-jährigen Jubiläum des Films veröffentlichte Warner Brothers den Streifen in brillanten HD Remastered, wobei man sagen muss, brillant ist da relativ. Der Film sieht definitiv besser aus als früher, hat aber an einigen Passagen durchaus ein paar weichgespülte Sequenzen. Also Unschärfe ist zu erkennen im Bild, manchmal komplett, manchmal auch nur in Teilen des Bildes. Außerdem hatte man hier ein üppiges Bonus-Material mit an Bord. Das befindet sich dann auch auf dieser Veröffentlichung. Außerdem hat man Der Mann mit der Todeskralle nicht nur remastered im Bild, sondern auch Szenen wieder eingefügt und diese neu synchronisiert. In Enter the Dragon spielt Bruce Lee einen Spion, der von seiner Regierung auf eine exotische Insel geschickt wird, um sich dort in eine illegale Drogenorganisation einzuschleusen. Tagsüber nimmt er an einem lebensgefährlichen Turnier teil, bei dem es mehr als nur Knochenbrüche gibt. Vor uns liegen haben wir dann Cover-Variante CD Collectors Edition mit diesem schicken Rahmen und einem wirklich absolut großartigen Artwork. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Was mir weniger gut gefällt, ist hier unten dieser kleine Sticker, der hier leicht in den Titel mit reingeht. Auf diesen einen D-Mark-Sticker hat man hier vorne verzichtet. Den finden wir auf der Rückseite wieder, gucken wir uns nachher nochmal an. Aber ansonsten denke ich, kann man mit diesem Cover-Artwork definitiv zufrieden sein. Also schauen wir es uns etwas genauer und im Detail an. Wie üblich sind die einzelnen Elemente auch oben DVD Collectors Edition und Blu-Ray Logo glänzend hervorgehoben. Dann haben wir hier dieses komplette Bild glänzend hervorgehoben. Was ich auch cool finde, ist eben, dass wir noch das Gesicht unseres Antagonisten, den Mann mit der Todeskralle, hier so leicht über den Rahmen raus haben. Das ist in Ordnung. Auch hier der Arm, das macht das Ganze schon ein bisschen besonders. Und hier unten dann, ja, hätte man einfach weglassen können. Also ich glaube, da hätte sich jetzt auch kaum einer beschwert, wenn der jetzt nicht dabei gewesen wäre. So geht er halt hier in das D rein und ist halt ein bisschen unglücklich. Ansonsten die unteren Elemente auch wieder glänzend hervorgehoben. Dann haben wir den Spine. Oben unseren Bruce Lee. Dann hier auch wieder glänzend der Titel. Und hier unten die Nummer 120. Auf der Rückseite haben wir den typischen Aufbau. Wieder mit der Inhaltsangabe und darüber den drei Szenenfotos. Hier nochmal Film nicht zurückgespult. Gebühr 1 Mark. Also hier hinten stört er definitiv weniger, als wenn er hier vorne drauf wäre. Wie ja einige sich eben beschwert haben bei Citycobra. Kann ich nachvollziehen. Jeder hat da irgendwie andere Punkte, die ihn mehr stören oder weniger. Also dann haben wir hier unten noch die Inhaltsangabe. Des Weiteren haben wir eben dieses üppige Bonusmaterial, die Limitierungsnummer und auch eben noch die Sprachen und technischen Daten. Dann komme ich nochmal näher. Und dann könnt ihr euch das hier in Ruhe im Detail nochmal angucken. Hier auch das Bonusmaterial, Limitierungsnummer. Was auffällt ist, dass wir jetzt hier ein Warner Bros. Logo haben. Obwohl das hier eine Nameless und Warner Veröffentlichung ist. Normal hatten wir ja hier früher die Nameless Logos drauf. Jetzt eben auch wie bei Citycobra Warner Bros. Und hier unten dann nochmal die technischen Daten. Wir haben nur eine Dolby Digital Monotonspur. Der Ton oder die Sprache ist allerdings ganz gut verständlich. Soviel einmal dazu. Dann schlagen wir das Ganze auf. Wir haben hier einen Innenprint von links nach rechts. Die Disc übernimmt wieder das Motiv. Jetzt haben wir wieder hier aber die DVD. Also 8 geben, wenn ihr es gewohnt seid. Und ihr legt die Disc in den Player und denkt euch, ups, was ist denn da los? Es ist die DVD hier vorne mit drin. Und die nehme ich mal hier ab. Und dann seht ihr dieses Motiv. Dann schlagen wir das Booklet auf. Wir haben diesmal einen Text von Nando Rona. Gestalterisch gefällt mir das Booklet sehr, sehr gut. Hier ist immer schön abwechselnd auch mit einzelnen Elementen beim Text hier gearbeitet worden. Wir haben zu Beginn einen Blick auf der Mann mit der Todeskralle. Und den Hinweis, dass Bruce Lee eben von einem Filmproduzenten den Rat bekommen hat, 1970 wieder nach Hongkong zurückzukehren, um Amerika über diesen Umweg zu erobern. Und so haben wir dann eben die Anfänge von Bruce Lee. Und als er dann später eben wirklich in Hollywood ankommt. Des Weiteren haben wir hier noch ein paar schöne ältere Filmplakate. Und ihr seht es hier immer schön mit eingebunden, so ein paar andere Textelemente. Das sieht optisch natürlich sehr gut aus und hebt es vom Einheitsbrei definitiv ab. Des Weiteren haben wir dann auch immer einzelne Bildelemente hier. Hier noch mit ein paar Verzierungen versehen. Auch das sieht richtig klasse aus. Und von der Aufteilung her, Bild und Text hält sich das Ganze eigentlich ganz gut in der Waage. Ein Star wird zum Star. Dann haben wir hier noch ein Stück Filmgeschichte. Enter the Dragon oder der Mann mit der Todeskralle ist ja sozusagen die Mutter aller Kampfturnierfilme. Und wir haben hier auch noch einige Stars mit an Bord, wie zum Beispiel John Saxon und auch Jim Kelly. Die sehen wir hier dann nochmal auf dem Plakat und da haben wir, hier unten steht es, türkisches Filmplakat. Also auch ganz interessant zu sehen, wie denn die Plakate international ausgesehen haben. Wir haben auch eben etwas über die Co-Stars hier im Film. Dann Bruce Lees Einfluss. Und der Film sorgte nicht nur wegen Bruce Lee für Schlagzeilen, sondern weil auch erstmalig sich ein Hollywood-Studio mit einem Studio aus Hongkong zusammengetan hat. Ja, zu der Produktion dieses Films. Dann eine schöne Doppelseite eben mit den Stars und auch dem Regisseur hier in so einer Art Sepia-Tonung. Das Ganze auch so ein bisschen auf älter getrimmt, passt aber natürlich auch zu dem Film, der mittlerweile 50 Jahre auf dem Buckel hat. Dann haben wir noch etwas über unseren Jim Kelly, der zukünftige Blaxploitation-Star. Also ich kannte nur Jill Kelly, vielleicht kennt die ja der eine oder andere von euch. Dann haben wir hier noch ein paar Kampfszenen, die besprochen werden. Wie vorhin schon erwähnt, hat Bruce Lee hier an der Choreografie mitgearbeitet. Und das merkt man auch, die Kämpfe können sich nach all den Jahren immer noch sehen lassen und wirken spektakulär. Also das passt auf jeden Fall. Außerdem haben wir dann noch einiges über unseren Bösewicht Han. Ja, nicht Han Solo, sondern eben unseren skrupellosen Gangster hier. Der Mann mit der Todeskralle, nicht verwandt und verschwägert mit unseren Wolverine. Könnte man ja fast meinen, wenn man die Kralle dann im Bild sieht. Des Weiteren haben wir noch unseren guten Bolo hier. Den kennen wir ja alle aus Bloodsport. Ja, und sowas macht eben auch einen guten Film aus. Nicht nur ein guter Antagonist, sondern hier gleich zwei Bösewichte, also Typen, an denen man sich reiben kann und die man eigentlich wortwörtlich hasst und bei denen man nur hofft, dass sie endlich mal eins auf die Fresse bekommen. Das macht eben so einen Film auch aus. Das Ende einer Legende haben wir dann zum Abschluss. Hier geht es dann um den Tod von Bruce Lee und dann haben wir noch das ein oder andere Filmplakat. Jetzt eins aus Deutschland, wie wir hier lesen können und sind am Ende angelangt. Hier haben wir dann noch ein paar Nachwehen, wie ihr lesen könnt. Ja, welchen Einfluss der Film dann auf weitere Produktionen hatte, aber auch auf Schauspieler und eben den Regisseur. Ihr seht es hier unten, nicht immer ist die Seitenzahl angegeben, aber wir sind hier bei Seite 30, 31, also 32-seitiges Booklet. Und ich denke, wenn man das Ganze hier so mal durchgeblättert hat, also da hat man sich definitiv sehr, sehr viel Mühe gegeben und das gefällt mir richtig gut. Hier auf der Rückseite haben wir dann noch die Blu-ray, auch die übernimmt jetzt hier das Motiv. Ist ein wenig unscharf, weiß jetzt nicht, ob man dann unbedingt so ein Foto nehmen muss. Natürlich möchte man ein Actionfoto hier nehmen, aber man weiß ja auch nicht, was man genehmigt bekommen hat von Warner. Das ist ja auch immer so eine Sache. Es gibt tausend Bilder, aber die sagen halt einfach, nö, ihr nehmt das aus unserem Katalog und das war's. Muss man dann leider so hinnehmen. Aber ich finde, das ist optisch ein absolut Bomben-Media-Book. Ja, wertig wie alle anderen hier Media-Books von Neemless Media. Also das, da bewegst du gar nichts hier hinten und verarbeitet ist es natürlich auch super, passt. Also meine Freunde, falls ihr euch dafür entscheidet, dann guckt bei EIC Media ab dem 17. März vorbei, 18 Uhr. Dann könnt ihr euch das Ganze in dem Shop oder in anderen bekannten Online-Shops bestellen. In diesem Sinne sage ich danke fürs Zugucken, meine Freunde. Auf bald und Servus. Vielen Dank.